Musik Es ist wunderbar, dass wir hier zu Mike und seiner Familie nach Hause kommen können. Sie haben uns sehr freundlich empfangen und wir haben es wirklich genossen. Musik Hier sind wir bei jemandem zu Hause. Das ist glaube ich etwas Neues. Normalerweise treffen wir mit Fans an einem öffentlichen Ort. Ich sehe mich jetzt nicht selber als Idol, aber ich habe sicher selber, als ich klein war, habe ich auch Freude. Ich kann, wenn ich ihn mal alleine treffen oder sehe. Es ist ja herzig und schön zu sehen, dass man sicher ein paar Sachen gut macht. Sei es im Hockey jetzt oder auch sonst. Und dass sie Freude haben, wenn wir zu ihnen essen oder auch einfach miteinander sprechen können. Irgendwie realisiert man gar nicht, dass man jetzt sozusagen auf der anderen Seite ist. Aber wenn ich etwas zurückdenke, kann ich mir schon vorstellen, dass vor allem für die Kids hier etwas Grosses war, den heutigen Nachmittag. Musik Ich glaube, der Junge hatte eine Freude und das ist ja das Wichtigste. Wie man sieht, die Strahle, die wir uns gekommen sind, waren ganz hoffett. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und von daher war es super Nachmittag. Und wir haben das auch sehr gerne gemacht. Musik 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 Musik